Tadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadadad Ähm, ich weiß, ich hau hier momentan verdammt viele Videos raus, aber ich hab hier wieder so eine, äh, einige Überlegungen. Und zwar Überlegungen für die Zukunft der Menschen. Ähm, es wird ja im Allgemeinen so gesagt, äh, dass wir wahrscheinlich mal irgendwann die Mars bevölkern. So, meine, meine zur Zukunft, was passieren wird in der Zukunft. Erde, Mars, Mars, Erde. Große Regierung, hohohoho, Eliten hier und da, oder irgendwelche, was weiß ich zum Teufel mal. Das Einzige, was ich ehrlich euch sagen kann, es wird ein Erde, Mars, Mars, Erde, Krieg geben. Mit höchster Wahrscheinlichkeit. Warum? Weil ich doch mit höchster Wahrscheinlichkeit ausgehe, wo auch jeder Mensch, wo auch ihr drauf hinausgehen wollt. Ihr wollt die Unabhängigkeit. Das wird aber auch die Marsbevölkerung, oder die Menschen Marsbevölkerung, die von meiner Zukunft haben wollen. Es wird ein Krieg geben. Und zwar der wird im Weltall ausgeführt. Scheiß auf Star Wars, scheiß auf alles andere. Der Krieg wird kommen. Ein neuer Krieg. Ein größerer Krieg in der Zukunft. Das ist meine Meinung. Ob ihr wollt oder nicht, denkt an meine Worte. Bis denn dann. Zio Lega.